Der Rheinsberger Burgzauber, der Kultursommer für die ganze Familie, hat dieses Jahr den dritten Teil des Musicals rund um Ritter Rüdiger, den schlauen Esel Zacharias, den Drachenfeuermaul und den bösen Zauberer Nebukator im Programm. Ab 3. August in der Burg Arena Rheinsberg. Wir verlosen 5x2 Karten. Schicken Sie uns eine E-Mail an office-at-m4-tv.at. Viel Glück! Untertitelung des ZDF für funk, 2017